Hallo, ich bin Martina und in diesem Video werde ich dir die Grundbegriffe der Typologie von Erzählsituationen von Franz Stanzel vorstellen. Es werden erstmal nur die drei verschiedenen Erzählsituationen vorgestellt und an Beispielen erklärt. Stanzels Typenkreis sowie der Typenkreis unter Einbeziehung anderer literaturwissenschaftlicher Ansätze wird in dem nächsten Video erklärt. Damit du heute alles verstehst, solltest du aber wissen, was epische Texte sind und die Funktion des Erzählers in epischen Texten kennen. Falls du diese Grundkenntnisse nochmal nachholen möchtest, sieh dir einfach das Video Kennzeichen epischer Texte an. Ich wünsche dir mit dem Video viel Spaß. Die bisherigen Videos zur Erzählsituation in epischen Texten basierten auf dem Modell zur Erzähltheorie von Gerard Genet. Natürlich gab es noch andere Literaturwissenschaftler, die ebenfalls Modelle entwickelt haben, mit denen man Erzählsituationen beschreiben und analysieren kann. Ein Erzählforscher, der eine Typologie entwickelt hat, mit der sich narrative Texte untersuchen lassen, ist Franz Stanzel. Nach Stanzel gibt es drei Formen der Erzählsituation. Die auktoriale Erzählsituation, die ich Erzählsituation. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com.